Marc Terensi und Verena Kehrt sind kein Paar mehr, wie die Blondine via Instagram bekannt gab. In einem ersten Interview verriet der Musiker nun Details und offenbarte, dass er sich von der Blondine getrennt hätte. Marc Terensi – vielsagende Worte nach Verena Kehrts Trennungsstatement. Lange wurde es gemunkelt, jetzt ist es offiziell. Verena Kehrt, 43, machte vor wenigen Stunden die Trennung von ihrem Verlobten Marc Terensi, 46, öffentlich. Seit Monaten hatten sich die Indizien für ein Liebesaus zunehmend verdichtet. Verena zeigte sich nur noch alleine auf Events, flog alleine nach Mallorca und Ibiza und war immer öfter ohne ihren Verlobungsring zu sehen. Auch ihre Geburtstage verbrachten Marc und Verena im Juni und Juli nicht miteinander, gratulierten sich lediglich via Instagram-Story. Dennoch schwiegen sie lange zu den Gerüchten um eine Trennung, bis vor wenigen Stunden. In ihrer Story sorgte Verena Kehrt endlich für Gewissheit. Sie schrieb, Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit längerem kein Paar mehr. Damit ist es jetzt offiziell raus und wir können die Spekulationen einstellen. Und wenig später meldete sich nun auch ihr Ex-Verlobter zu Wort, allerdings mit einem ziemlich kryptischen Statement. Manchmal musst du dich selber finden. Besser, als bei etwas zu bleiben, das zu viele Fragen hat. Im Interview mit RTL verriet er außerdem weitere Details zum Liebes aus, unter anderem, dass er den Schlussstrich gezogen hat. Ich möchte nichts Schlechtes über meine Beziehungen oder Ex-Partnerinnen sagen. Ich habe mich vor rund zwei Monaten von Verena getrennt. Auch zu den Gründen äußerte er sich vielsagend. Ich bin nichtig seit zwei Jahren. Weiter erklärte er, manchmal ist es einfach besser zu gehen und sich zu trennen. Ich glaube fest daran, dass es immer einen besseren Weg gibt, egal, wie hart das Leben auch gerade ist, so Marc Terenzi. Worte, die nicht weniger vielsagend klingen, als die von Verena. Die fügte zu ihrem Trennungsstatement nämlich hinzu. Die vergangenen knapp zwei Jahre waren eine verrückte Achterbahnfahrt, die mir psychisch viel abverlangt hat. Es wird noch dauern, bis ich all das, was passiert ist, wirklich verarbeitet habe, aber loszulassen war ein erster, sehr heilsamer Schritt. Im Moment bin ich einfach nur froh, mein eigenes Leben zurückzuhaben. Autsch! Was letztlich wirklich zur Trennung geführt hat, darüber lässt sich nur spekulieren. Fakt ist aber, dass Verena Kehrt und Marc Terenzi viele Höhlen und Tiefen durchlebt haben. Nach ihrem Dschungelcamp-Exit machte der Musiker der Blondine 2023 im TV einen Heiratsantrag, doch zur Hochzeit kam es nie. Stattdessen gab es immer wieder Negativschlagzeilen. Von Alkohol und Gewalt war des Öfteren die Rede, unter anderem im August 2023, als in einem Hamburger Hotel ein Streit der beiden eskaliert war und sogar die Polizei eingeschaltet wurde.